Hallo ihr Hübschen, hallo, ja irgendwie bin ich doch so, so ist besser, oder? Naja, ich bin heute Morgen aufgewacht, besser gesagt, ich habe an meinen letzten Arbeitgeber, meinen letzten Betrieb gedacht und was ich da gemacht habe, erzähle ich euch jetzt einfach. Ich habe in der Hauswirtschaft gearbeitet, in einer Einrichtung, sag ich mal, wo es natürlich auch des Öfteren etwas Pflegepersonalmangel gab oder einfach, ja, wie auch immer, es war halt so, wie es ist. Ich habe in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, oftmals auch Menschen etwas geholfen, aus dem Bett zu kommen und dann habe ich das Essen ihnen dann auch noch gebracht. Also eigentlich habe ich zwei Berufe gleichzeitig gemacht, die Hauswirtschaft und die Pflege, da ich ja nämlich nebenbei, weil ich, ich gebe zu, ich hatte einen tollen Wunsch, ein arbeitsreiches Leben und dann habe ich halt in mehreren Betrieben oder, ich sag mal, in mehreren Jobs gearbeitet, also Hauswirtschaft, Familienpflege und Pflege, was natürlich auch Spaß gemacht hat, aber in den einigen, ja, sag ich mal, Betrieben, Pflegedienste, Einrichtungen gab es immer hin und wieder Personalmangel und das kam ja heute Morgen so und da es ja auch Weihnachten zugeht und diese Betriebe natürlich auch Weihnachten und Silvester und Neujahr und alle Feiertage, die es überhaupt im Jahr gibt, geöffnet haben und dass da auch immer Personal da sein darf, sollte, müsste, möchte ich mich einfach jetzt mit diesem Video an alle Menschen, die in so Einrichtungen arbeiten, am meisten halt auch an die, das oder die Pflege, ja, an die, ja, an die Menschen, die halt entweder Pflege gelernt haben oder Pflege überhaupt ausrichten, ob als Altenpflegehilfe, Altenpflegerin, Krankenpflegerin, ich möchte mich halt sehr bedanken, dass sie da sind, dass sie diese, ja, doch sehr soziale und für mich auch, ja, sag ich mal, Arbeit oder besser gesagt, Beruf verrichten. Genau, das ist ein ganz großes Dankeschön an alle, alle, die da draußen also Pflege machen, denn ich habe ja mal ein Video gemacht, das werde ich euch verlinken irgendwie hier oder unter der Box, dass ich gerne auf den Putz haue für die Pflege und den Pflegenotstand. Und dazu möchte ich auch noch sagen, ich wollte wirklich auch noch, nachdem ich die Familienpflegeausbildung gemacht habe und dort auch viel, weil das nämlich prüfungsrelevant war, viel Gesundheitspflege, Krankheitspflege und überhaupt in der Pflege gelernt habe und deswegen auch, ja, Pflegehelferin, in vielen Pflegediensten und überhaupt, Anerkennungsjahr habe ich auch in der Pflege gemacht, gearbeitet habe, möchte ich dazu sagen, dass ich diesen Wunschpflegeberuf an den Nagel, also diese Ausbildung an den Nagel gehangen habe, denn ich habe in den vielen Jahren natürlich auch viele Auszubildenden, also Auszubildende und Auszubildenden kennengelernt, die, ja, ja, schon fast im ersten Lehrjahr als Fachkraft eingesetzt werden in Dienstplänen, Punktkommastrich, Ausführungsstrichen, ich sage das mal so, egal wie viel Freude einen dieser Beruf macht und wie viel, ja, man an Menschlichkeit, an eigene Menschlichkeit in diesen Beruf dann einbringt, ob Tagdienst, Nachtdienst oder sonst was, ich sage jetzt auch in der Ausbildungszeit, ist es doch sehr verwerflich, wenn man dann sozusagen halbwegs durcharbeitet oder ganz durcharbeitet und nur einen Tag im Monat Freizeit hat, was natürlich auch das gesetzliche gesehen eigentlich alles verboten ist, aber in vielen Betrieben, ich halte jetzt alle Augen zu, ich sage ja auch keine Namen, ist es halt so, dass es so gemacht wird, auch, ich sage auch, mit Fachpersonal, mit Fachpersonal oder Aushilfen, was auch immer und deswegen sage ich einfach Dankeschön, Leute, dass ihr das trotz alledem irgendwie schafft und macht und, ja, wie auch immer, es liegt irgendwie doch am, ich sage immer noch, an dem System und an vielen Betrieben, wie auch immer und überhaupt, das, ja, ich kann als weniger dazu sagen, weil ich ja auch erstens gesagt habe gerade, dass ich das Ganze an den Nagel gehangen habe und wie viel Spaß mir das auch gemacht hat, denn ich habe es wirklich mit Freude gemacht, das hat mir jeder auch angesehen, ich sage mal, wenn Angehörige oder die zu pflegende Person und da gab es auch immer wieder ein Danke zurück, das war das Größte, was es gab. Trotz alledem möchte ich auch noch dazu sagen, wenn ich jetzt gerade dabei bin, sage ich mal und das gerade mir kommt, weil ja das aktuelle und immer noch aktuelle Thema gerade auch mir wieder so hochsprüht, auch wenn ich jetzt gerade weniger in irgendeiner Einrichtung oder in einem Pflegedienst bin, möchte ich dazu sagen, das habe ich nämlich auch selber erlebt, dass viele, die gerade zu pflegende Person sich selbst sogar, wenn sie es gemerkt haben oder merken, dass es Personalmangel gibt, dass sie dann den, ja, Pfleger oder Pflegende, zumindest bei mir, auch mir gesagt haben, sie stellen sich selbst zurück mit ihren Wünschen und ob sie gerade im Toiletten gangen oder, ich sage mal, Beispiel, wenn man dann irgendwo hingekommen ist und die Person hat dann sich schon selbst die Konfektionsstrümpfe ausgezogen oder versucht angezogen, also anzuziehen, tut es mir wirklich sehr, sehr weh, das dann auch noch zu hören und zu sehen, Leute, ehrlich, weil das Ganze wird natürlich von den Kassen, Versicherungen bezahlt und überhaupt und dann stellen sich die Menschen, in Anführungsstrichen, die gepflegt werden oder irgendeine, ja, Art und Weise doch durchbekommen haben, dass diese Arbeit verrichtet werden soll, dass sie sich dann zurückschrauben und sagen, ja, ich habe es schon alles selbst probiert oder selbst versucht und, ja, Leute, da ist, irgendwas läuft da, Leute, wirklich ein bisschen schief und das ist mein Gefühl manchmal, nicht nur manchmal, das war in der Zeit auch mein Gefühl, dass das Ganze menschenunwürdig ist, menschenunwürdig für den zu Pflegenden und für den, die Person, die das, ja, der Pfleger, Pflegerin, die dann da rumhetzt, in Anführungsstrichen, und das dann zu hören bekommt oder das dann auch anfindet, vielleicht, wo auch immer und, ja, mehr kann ich dazu auch weniger sagen, das ist halt meine Erfahrung und mein Denken darüber, meine Meinung und ich wollte einfach nur mit diesem Video ein großes Dankeschön an diese Menschen geben, die das jetzt auch noch in dieser Zeit zu Weihnachtszeit und zu allen Feiertagen überhaupt, es geht mich jetzt, hallo, es ist nächste Woche Weihnachten, also Dankeschön, Leute, Dankeschön, dass ihr das macht, Dankeschön, dass ihr es irgendwie noch schafft oder natürlich, es gibt ja noch, natürlich gibt es noch Betriebe, die einen Zusammenhalt haben, die es schaffen, die auch, ähm, auch schaffen, die, den Personal, die Freizeit und die Freiheit zu geben, ähm, sich wieder mit Energie und alles andere aufzuladen oder überhaupt Urlaub, wie auch immer. Natürlich gibt es die, aber, äh, ich rede jetzt von mir und ich habe, in Anführungsstrichen, nur diese Betriebe oder diese Einrichtungen, Dienste, Pflegedienste kennengelernt, die, ich mache wirklich gerade so, ja, die das so, ähm, ja, vertrieben haben und, äh, und mich vertrieben haben sozusagen auch ein bisschen, ähm, die das halt so gemacht haben und, äh, ich höre, sehe, lese immer noch, äh, Menschen, die, ähm, ja, wieder hochgehen oder niedergehen und sagen, ja, ich habe jetzt nach Dienstplan für diesen Monat 250, 260 Stunden und vielleicht einen Tag oder eine Stunde frei, denn, es könnte ja auch sein, dass an diesen freien Tag, diesen einzigen freien Tag gefragt wird, können sie nicht bitte doch vielleicht ein, zwei Stunden kommen und helfen? Ja, das ist dann für jeden selbst zu überlassen, ob du ja oder nein sagst und das große Wort für deine eigene, äh, Gesundheit heißt vielleicht dann an diesem Tag nein. Nein, genau. Ich habe es auch gelernt und geschafft, ich habe nämlich auch nein gesagt. Gut, ne? So viel dazu und nochmal Dankeschön und, äh, ich wünsche euch nur eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Danke. Ciao.